Ja, hallo, hier ist der Martin. Ich sitze immer noch in Wolfsburg fest, jetzt mittlerweile eigentlich schon den ganzen Tag, aufgrund meiner Reparatur am Bike, meinen Hinterradbremsen. Ich konnte es reparieren, es funktioniert wieder, ich kann weiterfahren. Die Wetterlage hat mich bis jetzt mittlerweile schon 18.30 Uhr hier auch festgehalten, weil es sehr stark geregnet hat. Aber ich werde mich jetzt auf den Weg machen und versuchen bis 22 Uhr noch irgendwo am Harzrand eine Jugendherberge oder Zeltplatz zu kriegen. Also, ich sag mal, right on!